Der wird gefährlich, der wird gefährlich! Der ist drin! Wir haben Top-Außenstürmer, auch Gnabry kann über außen kommen. Avanz, Kimi, kommt Tor! Also da gibt es Möglichkeiten auch in einem Vier, mit einer Viererkette, 4, 2, 3, 1 oder was auch immer. Ein Tor wie aus dem Lehrbuch. Ein oder anderer hat in Räumen gespielt, wo sich vielleicht doch nicht ganz so wohl fühlt. Ein Schlitttor, Deutschland führt! Eine schönere Geschichte, glaube ich, kann der Fußball nicht schreiben. Mehr WM geht nicht. Live bei Magenta TV mit Wolf Fuss und Michael Ballack.